Was heute ist denn wieder? Sie ist wunderschön! Und gehört so gut wie ihr! Komm zurück! Schluss mit den Männchen! Eris! Yossi! Alles okay? Geht schon! Ihr nach! Die dumme Kuh darf die Materia nicht kriegen! Das kommt sehr ungelegen! Das kommt sehr ungelegen! Tifa! Tifa! Was? Auf deinen Empfaden, was? Gib dich ganz deinem Hass hin, Cloud. Ja! 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 Na. 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 Klaus! Du bist ein zur Dorse. Klaus! Hör auf damit! Es ist genug. Sie will dich täuschen, Cloud. Sie hat keine Narbe. Du hast keine Narbe. Kann sie wirklich tiefer sein? Du kannst nicht tiefer sein. Die Narbe? Schon wieder? Du hast sie doch gesehen. Du lügst. Nein, sieh doch! Um das zu bekommen, was sie will. Kann Jenova viele Gestalten annehmen, das weiß ich. Cloud! Mich täuscht du nicht. Wir sehen uns gleich. Oh... 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 Ah... Ah... Careful! Hier! Married it! Tifa? Sido? Nein, Sido! Tifa! Tifa! Tifa!